Guten Abend, ihr Herrschaften. Willkommen zurück zu Emperor. Tja, ich hab's im letzten Part verpasst. Wir haben ein Viertel... Äh... Ein Vierteljahrhundert, möchte ich sagen. Nein. Ein Viertelfolgenjahrhundert. Äh, geknackt. Und zwar 75 Parts Emperor. Ja. Und ich kann euch gleich sagen, es werden auch über 100 werden. Das kann ich euch so hundertprozentig garantieren. Oh ne. Hoang Di. Hallo und Tschüss. Tja, ich find's schade, dass ich verpasst hab. Und ich hab auch gesehen, dass ich 30 Millionen Jahren Folgen im Voraus schon produziert hab. Aber ist mir egal. Ich bin so gerade so motiviert und bin jetzt gerade einmal beim Reden dabei. Also kann ich auch gleich noch weiter aufnehmen. Stört ja keinen. Hoffe ich. Weh, wenn... Hopp. Entwickeln die sich dadurch zurück. Ich hoffe ja nicht. So. Nein. Nicht holen. Ah, ne. Und von Hörse und Weizen bitte nur vier. Damit ihr mir das nicht auch noch zuspammen. So. Und tschüss. So, wir machen hier schon einiges an Einnahmen. Ich hoffe, schon wieder ist gesunken. Ist ja unmöglich. Äh, Importer. Ich hole nicht genug aus dem Zeug raus. Das ist nicht schön. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr her holen. Erhöhen wir einfach mal die Preise noch ein bisschen. Einfach mal eiskalt. Wie wir sind. Schade. Für wie viel importieren wir die Waffen? 25 und 26 schon mal raus. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Äh, wieso wir immer noch so einen niedrigen Löhne haben. Äh, so einen niedrigen Einkommen. Ich weiß es echt nicht. Und so viel Salz brauchen wir auch nicht. Also hier hinten können wir die zwei auf jeden Fall wegmachen. Ein bisschen Jade können wir definitiv noch importieren. Aber was habe ich da rot gesehen? Preise. Ein bisschen mehr Jade. Aber ich habe ein bisschen zu viel, äh, lieber zu viel Arbeiter als zu wenig. Oh Gott, aber wie viel Garmik. Wieso können wir nicht mehr exportieren? Trotz zahlreicher Schnapp-Bank, wer ohne blüht und gedeiht die Oasenstadt Lohulan wohne in der gefährlichen Taklamakan-Wüste. Was? Im Laufe der Jahre ist sie zu einer beliebten Wasserstelle für die zahlreichen Handelskarawanen geworden, die entlang der gefahrvollen Seidenstraße reißen. Wie lange wird der Sand von Taklamakan solch ein unverfrorenes Eindringen jedoch ertragen? Ich, erstens, ich wurde gar nicht angegriffen. Ich hätte mich verteilen können, was ja auch wahrscheinlich ganz gut wäre, aber... Wie kommen wir auf einmal von 1.000 zu 5.500? Also, ich meine, so viel habe ich jetzt nicht geändert, oder? Und wieso hat sich das erst ein, ein Jahr zu spät ausgewirkt? Ich weiß es nicht. Egal. Möchte mir auch gefallen. Stadtkasse, ja, da kriegen wir wahrscheinlich nicht so viele Punkte. Profit, das ist wahrscheinlich sehr viel. Ja, ja, Gesamtbundzahl und so weiter. Die schrecklichen Überschwemmungen des Gelben Flusses und nachfolgende Hungersnöte während der Herrschaft des jetzt entthronten Usurpators Wang Mang führten im ganzen Reich zu Aufruhr. Die königlichen Tumuli in Chang'an wurden geplündert und die Stadt in Ruinen zurückgelassen. Was? Wang Wu Di, der neue Kaiser und rechtmäßige Erbe des Han-Throns, hat per Erlass verfügt, dass weiter im Osten bei Luoyang die neue Hauptstadt von Han gebaut werden soll. Okay. In Chang'ans früheren Jahren hatte ihr Ahne dem berühmten Kaiser Wu Di als Stadtverwalter Wacker gedient. Unser weiser neuer Kaiser lässt sie nun rufen, um zu sehen, ob sie über dieselben Planungs- und Verwaltungsqualitäten verfügen wie ihr hochgeschätzter Ahne. Sowieso. Des Weiteren muss der Handel entlang der Seidenstraße unverzüglich gesichert werden, da der Hunger eines fernen Reiches nach unserer kostbaren Seide nur schwer zu stillen ist. In der Zwischenzeit stellt unsere nördliche Grenze wie stets ein Problem dar, weil die hinterlistigen Xiongnu unsere internen Zwistigkeiten sehr rasch ausnutzen. Vertrauenswürdige Generäle sagen voraus, dass mit dem Ansturm von barbarischen Horden auf unsere Grenzstädte gerechnet werden muss. Die Bürger können sich jetzt während ihrer Freizeit in herrlichen Tai-Chi-Parks entspannen. Wenn sie Sao Jun einer verehrten Taoistischen Gottheit huldigen kann, dies wichtige Vorteile für die heranwachsende Stadt bringen und schließlich müssen sie wachsam gegenüber dem gefährlichen und berechenbaren Gewässer bleiben. Ähm, äh, wie ich das... Heißt denn solche Überschwemmungen? Äh, ne, das kann ich echt nicht leiden. Ja, das heißt, neue Hauptstadt, Xiongnu und so weiter. Wahrscheinlich werden wir unterstützen müssen. Die Stadt kennen wir doch. Die Stadt kennen wir doch. Kennen wir die Stadt? Also es kommt mir gerade so vor, als wenn wir hier schon... als wenn wir hier ganz, ganz, ganz am Anfang wären, ob das eine Ähnlichkarte wäre. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da täusche ich mich. Kann mir jemand mal... Wenn jemand mal das nur vielleicht so nett ist und sich mal vielleicht die Arbeit macht, so ein bisschen... Kann mir mal wer sagen, welcher Part das war, in dem wir hier Chang'an, in Chang'an gewesen sind? Das wäre echt nice. Ich würde mich wirklich mal interessieren, wie das damals aussah, wie wir hier waren. Ach ja, 30.000 ist Unterbrechung hier. Ähm, ähm... Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, nachdem ich hier 30 Stunden lang gebaut habe. So, ich finde es... So, Leute. Ich habe wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viel gebaut, wie in den letzten Malen. Ähm, wenn ich eine Map angefangen habe. Aber das hat auch gewisse andere Gründe. Boah, das ist ja nicht so laut. In der Zeit ist schon etwas vorangeschritten, und deswegen möchte ich ganz einfach mal den Part noch zu Ende bringen. Macht sich nämlich ungünstig, im PC runterzufahren, ohne die Aufnahme beendet zu haben, ne? Hehe. Gut. Hier haben sie sich schön weiterentwickelt. Äh, hier ist die Stadt, die wir noch weiter ausbauen können, mit zwei Märkten. Mit, denke ich mal, genug, äh, Steuereintreibern. Und ich hoffe auch, sind es genug von allen anderen, von allen anderen Gebäuden dabei. Sicher bin ich mir nicht, aber, öff... Naja. Hier können wir mal gucken. Hier hinten haben wir dann auch wie immer so eine schöne Mützerei. Die wird natürlich, äh, dauerhaft in Betrieb genommen. Denn, so ein bisschen Geld nebenbei, kann man ja immer gebrauchen. Lulan wird verbündet, aber warum nicht? Äh, so, wie viele, äh... Es gibt auch noch Weizenfelder, das wusste ich. Schwups. Da unten mal hier noch ne Reihe weg. Da, 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 da... Da, 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 da... Da, 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 da... Jetzt haben wir ungefähr gleich... Ui, Moment mal. Gut, so. Es ist wirklich unmöglich, wie oft man hier unterbrochen wird. Äh, machen wir auf. Ein bisschen schneller hoch. Jetzt bewegen sie sich immerhin schon mal flüssig. Gut, hier tauchen die ganzen Leute schon rum. Ich habe ein paar Kräuterstände hier aus. Einfach aus Prinzip. Wo bauen wir denn so viel? Arbeiter. Ja, da nicht, da nicht, da nicht. Naja, an sich nicht irgendwo. Hahahaha. Das kostet eben wahnsinnig viel Arbeiter hier, die, die Leute hier zu unterhalten. Gut, das sieht beides aus. Schon nachgeguckt. Das habe ich auch schon nachgeguckt. Das ist alles aus. Hier hat sich das auch weiterentwickelt. Ähm. Die Akkubomentüre habe ich hoffentlich auch alle ausgestellt. Genauso wie die Steuereintreiber. Im Taoisten-Tempel. Keine Sorge. Anscheinend, ja. Okay. 100 Personen. Supi. Dann machen wir es mal ein bisschen schneller hier. Krasse, wie die krasse Unterschiede sind inzwischen 80, 90 und 100%. Ich weiß, dass es hier noch nicht ganz optimiert ist, aber ich lasse das erstmal auch so. Damit ich noch weiß, dass ich hier noch ein bisschen frei habe. Weil ich würde dann gerne, falls wir noch irgendwie ein bisschen mehr Bevölkerung oder sowas brauchen, jetzt einfach doch mal ein bisschen was hinklatschen. So, dann können wir auch mal beim Schönen machen. Ja, dann darfst du dich da bauen. Durchschweife passen sowieso immer. Ja. Gut. Immer noch 88 Arbeiter nötig, aber noch haufenweise Wohnungen haben wir. Das passt schon. Okay, mal die jetzt schon mal anmachen. Unsere Kräuterkundigen. Die müsste man nun mittlerweile genug haben. Hier könnte es nun ein bisschen knapp werden. Ach, hier haben wir noch einen. Lachen. So. Schön. Könnt ihr trotzdem schon mal anfangen, ein bisschen zu bauen. Anzubauen, meine ich. Du-di-du-di-du. Aber es ist immer sehr wichtig, die Löhne erstmal, besonders am Anfang erstmal auf sehr hoch zu setzen, damit man auch irgendwie eine Chance hat. Oder dann liebt sie ja. Damit man auch irgendwie nur die Chance hat, möglichst viele Arbeiter erstmal reinzukriegen, damit sich die Infrastruktur schnell aufbauen kann. Ich wollte gerade sagen, siehe hier hinten irgendwas. Äh, ich hoffe, diese Viecher greifen mich nicht an. Nee, nicht ästhetische Straßen. Fußgänger, nee. Auch nicht. Ich hoffe, die greifen einen nicht an. Wäre ungünstig. Ihre Stadt, machen wir das auch Nahrung? Nee, nee, nee. Was, was kann man denn aus? Du Land. Äh, ne? Du Land. Da. Kauft. Kohl. Holz. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Wer kauft Salz? Ja, stimmt. Stahl? Stimmt nicht. Jetzt bestimmt nicht. Und geschnitzte Jade. Hey, wir haben 25 nach Christus. Die Handelsroute ist ein bisschen komisch. Möchte ich mal so anmerken. Wie, das war jetzt ernsthaft schon die Ernte? Kommt da überhaupt ein Quirlchen raus? Ja, klar. März. Mei. Schau. Das dauert ein bisschen. Sind die Handel einfach für illegal erklärt. Nein, natürlich nicht. Gut, jetzt kommen wieder ein paar Leute. Okay, 500 Personen. Ja, ich finde es ja auch kacke, dass wir hier nicht irgendwie sowas wie Fische oder so mal angeln könnten. Das wäre ja vielleicht nett. Achso. Im Büro. Ne. Das ist doof, ne? So, dann können wir auch gleich mal die, die hier anmachen. Damit die Gesundheit sich wieder ein bisschen steigert. Arbeiter werden wir erstmal genug reinbekommen. Ich muss mich bloß kümmern, irgendwie ein bisschen Nahrung anzuschaffen. Mach mal einfach mal eine Geldrunde. Ich schenke mal einfach mal ein bisschen Geld. Wir haben noch so viel. Kaschka, ja, ja. Die verkaufen auch nur Gewürze. Das kann man alles einzeln, kann man, kann man weder Salz noch, ähm, Gewürze gebrauchen. Man braucht mindestens ein bisschen Nahrung dazu, ansonsten ist es wirklich sinnlos. Wie schön ich die Töne einfach nicht treffe. Äh, äh, der Stadtwandel ist an Nahrung. Na, na, bla, 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 bla. So. Kann ich trotzdem aber schon mal hier das hinbauen. Nein, das wollte ich nicht. Das ganze Gewerbe kann als Beispiel gelegt werden. Das vertraue ich noch nicht. Und dann können wir hier, was genau, kein Fest in diesem Jahr, oh, schade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir brauchen zwölf. Ich bin jetzt aber nicht so schön. Ne, das finde ich echt nicht schön. Jo, 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 jo. Oh, so viele Arbeiter nötig. Achso. Ein bisschen blöd. Geht einfach eiskalt an den brennenden Ruinen vorbei. Das Feuer greift da zum Glück nicht über. Achso, die kommen da gar nicht ran. Das ist blöd. Das kommt anscheinend zu langsam Leben in die Stadt. Die Produzieren Überschuss an Nahrung, sagt der Typ da oben. Ruhig. Wir haben hier drei Bauernhäuser an. Also für einfach reicht es schon mal. Für Appetitenregend und Dingsbums müssen wir dann noch importieren. Gewürzig. Aber das müsste dann auch soweit passen. Keine Mühle hier hin. Das 1 Breiter. Ja, den Platz möchte ich dann für eine Mühle lieber frei halten. Hier kann keine Mühle hin. Man muss an eine Station hin. Was soll das jetzt? Statt brauchen wir Arbeitskräfte. Ja, ja. Salz 1. Kein bisschen mehr. Militärische Aufrüstung. Oh nö. Ja, wir sollten wachsam sein. Das stimmt. Und wir sollten auch wachsam sein, weil es die ganze Zeit schon wieder abstürzt. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Tja, diesmal ist das Glück uns nicht so halt. Diesmal haben wir wieder ein bisschen... ein bisschen Defizit hier. Oh nö. Warte noch, zwei rein. Ups, ups. Klatschen wir einfach noch hier ein dran. Hier müssten sie auch noch weiter wandern, das will ich nicht. Deswegen machen wir das auch mal hier hin. Sprechen wir das gleich mal unter Kampagne. So. Das können wir ausmachen. Die Stadt ist absolut ruhig, wenn ja. Feuer in der Stadt. Bewegt euch bitte mal. Jo, 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 jo. Oh, der letzte noch. Dann ist immer nur ein Haus abgebrannt. Schon mal wesentlich besser. So, hier haben wir alles an. Das können wir ausmachen. Oh ne, keine Arbeiterbrühe. Brötigt, genau. Benötigt. Und hier können wir dann eben ein bisschen importieren. Nulan. 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 Könnte das noch wer, Nulan? War ein toller Film. So, dann können wir hier ein bisschen hinklatschen. Einfach der Ästhetik halber. Ja, die paar Arbeiter, die wir nötig haben. So, hier, das ist ohnehin im falschen Feng Shui. Dann können wir das auch gleich noch ein paar Häuser hinplatzieren. Ähm, machen wir es mal. So, ja, wir sind hier fähig. Ich wollte es so machen. Hier startet man jetzt an. Bla, bla, bla. Hier, dann haben wir eben noch einen Slot frei. Ach, wie vorausschauend ich plane. Äh, Bauer. Wie viel Geschwindigkeit haben wir jetzt auch noch ein bisschen. Ein bisschen schneller. Oh, wieder ein bisschen langsamer. So, ein bisschen Salzhammer. Da merkt man aber auch, die zucken sich gar nicht. Ach, wir sollten nicht so lange laufen, verdammt. So, genau so wie hier. Hier sollte er nicht lang laufen. Ah, geht doch. Yin fordert Handelsabkommen. Natürlich. Gerne. Ach, jetzt haben wir da einen Weg. Hm. Egal. Dann können wir den Weg irgendwann weg machen. So, was verkauft denn Yin? Yin, 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 da. Verkauft. Es ist super. Ach, Handelsankommen. Haben wir schon. Na, dann können wir mal ein bisschen importieren. Yin. Yin, 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 da. Na, was ist ein billiger Hirse? Bauen wir Hirse nicht selbst an? Ne. Aber Sojabohn. Machen wir das ja nicht. Da kaufen wir auch mal nur zwei ein, weil wir brauchen ja schließlich Selbstnahrung. Kugung Chu respektiert sie. Was ist Kugung? Was verkauft Kugung Chu? Natürlich. Handel. Immer noch gerne. Gut. Dann. Wenn die Zeit fortgeschritten ist, möchte ich auch gar nicht erst überziehen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Emperor. Bis dann Leute, haut rein und tschüss.